Auf Hessen und der britische Nationalspieler trotz dieses beiden Dreiers von Hessen Im zweiten Abschnitt fanden die Nefocky Sixers dann das richtige Mittel Bis Meyers Hessen die ersten, relativ einfach die ersten sechs Punkte seines Teams erzielen 18 Punkte zu Beginn des zweiten Fluggers eines einzelnen Spielers sieht man nicht alle Tage Aber beim Start leichtes Spiel So wie es erstmal hat Spieler Miles Hessen war es einmal mehr Saibu mit dem langen Pass auf Hessen und der lässt den Korb wacke mit einem krachenden Dunking Abkaller von Korb und Punktes mit Faul Abkaller von Korb und Punktes mit Faul